Wo bist du, Truck? Boah... Noch mehr? Was muss das denn sein? Geh weg! Hau ab! Na? Boah, ihr wollt mich doch hier verarschen, oder? Nachladen, nachladen! Wie schon! Boah! Noch mehr? Hohohoho! Okay... Noch so einmal! Okay, was würde ich dann machen, wenn das Ding voll ist? Auf C drücken? Okay, C! Uah, Raktor! Moment mal, das ist das Vieh, das ich verfolgt habe! Ach du Scheiße, ist der im Bar! Ich bin das Vieh, das ich nicht verfolgt habe! Das ist ja... Boah! Hohohohoho! Ach du Scheiße! Okay, und das kann mich, äh, nach einer Weile umbringen! Boah! Wir haben heute viel Erfolg gemacht! Äh... Aber bemerkbar! Eine gute Sache dauert nur so lange! Boah! Okay! Wir müssen das weiter diskutieren, in unserer nächsten Session! Okay... Das heißt, ich habe mich gerade die ganze Zeit selber verfolgt! Also das Ding, in das ich mich verhandeln kann... Das ist ja mal eine geniale Idee! Und wie sie die Geister gemacht haben, auch nicht übel! Eine auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet! Eine in der Gaskammer! Und dieser Retro-Doktor als Projektion! Genial! Gefällt mir echt! Okay! Hm... Lass mich nochmal gucken... Ähm... Ah! Okay! Hm... Hm... Was? Danger Keep Out! Okay... Okay... Hm... Also dieser Modus ist... Was zur Hölle war das? Hä? Hä? Da lag doch gerade eben was... Äh, okay... Ja, aber wie gesagt... Dieser Modus gefällt mir! Und dass ich die ganze Zeit dieses Vieh gewesen bin! Hat was! Ach, das ist eine Ratte gewesen! Ah! Och, nicht so ein Niederseiner! Na? Okay, in dem Modus kann ich wirklich gut zielen! Schön verstümmeln! So... Noch einer... Tatsache! Komm! Halt still! Aha! Ich liebe in der Aktivumgebung... Was zum... Noch einer? Woah! Rüber abgesammelt! Was? Ach, komm schon! Ach, komm schon! Okay, du bist das härtere Kaniber, ne? Na, komm schon! Mach ihn fertig! Meine Fresse! Boah! Haha! Das ist dann also die... Kampfvariante! Gut! Kann ich mitleben! Ja, vor allem Kampfvariante! Also die harte Variante! Ähm... Oh! So kann man sich Wege freimachen! Okay, also muss ich den Schalter nochmal umlegen, oder? Lass mich doch mal schauen! Äh, wo war der nochmal? Äh, jetzt hab ich grad... Hallo? Ja! Nochmal umlegen und dann dürfte das Wasser wieder okay sein! Jawoll! Gut! So, ich sollte aber mal die Taschendampe schonen! Uh! Was zum... Moment mal! Ich hab jetzt zwei Knarren? Geil! Äh... Moment mal! He's watching you! Sollen das Japaner darstellen? Oh! Die Axt hätte ich gerne! Geil! Es gibt... Moment mal! Granaten... Wehrhelme... Ist das nur noch aus dem 2. Weltkrieg? Okay! Und wie komm ich jetzt hier weiter? Hallo? Muss ich jetzt doch hier irgendwo lang? Lass mal gucken! Ähm... Gute Frage eigentlich! Komme ich hier wieder raus? Nö! Was passiert eigentlich? Nehme ich da Schaden, wenn ich... Nein! Okay! Äh... Jetzt muss ich mal überlegen... Wie komme ich jetzt hier weiter? Da ist noch in der Wand... Ne! Kann ich jetzt hier was übersehen? Auch nicht? Hm... Vielleicht ist ja da vorne doch auch noch was in die Luft geflogen! Hm... Die stehen auch alle da rum! Oder muss ich was zur Seite schieben? Ach stimmt ja! Ich habe hier immer noch die Option zurück zu verschieben! Hm... Da reagiert nichts! Ach... Ach... Die sollen ratten! Männ... Lass mich doch mal schauen! Hier hat's ein Regal! Was ist die Dinger? Das hier... Hm... Ein verstecktes Poster? Nee! Hä? Okay, jetzt muss ich doch noch mal genau gucken! Gab's hier wirklich keinen Weg? Hallo? Ich will hier raus! Okay, hier gab's wirklich nichts! Und hier? Hm... Ne, nur den einen Weg, der versperrt ist! Also muss ich doch irgendwo noch was machen! Gibt's vielleicht irgendwo noch mal ein paar Gasflaschen, auf die ich ballern kann? Und ich höre schon wieder irgendwo Viecher! Ich kann mir aber nicht helfen, woher? Komisch, komisch! Hm... Hm... Oder kann ich den Strom wieder einschalten? Dann hab ich da wieder Elektrizität drauf! Passieren tut aber trotzdem nichts! Hm... Komisch! Komisch! Ah! Okay! Ich sollte mal auf das hören, was passiert! Hm... Also gesagt, was hier steht! Was zum... Okay... Ich weiß, was kommt! Woher sind wir denn? Was ist so lange? Mach's! 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 Ach's! Mach's! Mach's! Irgendwie habe ich ständig den Verdacht, hier rennen nur Bossgegner rum. Ah, erstmal ein bisschen Saft. Ah. Das ist ja mal eine geile Idee gewesen. War ja klar, hier komme ich nicht durch. Ach, das sind die Stromkabel. Oder? Wow. Oh, nicht schon wieder ihr. Boah, kommst du jetzt mal in die Knappe, ne? Na komm schon. Immer schön abknallen. Habe ich das Ding jetzt nicht? Jetzt. Okay. Ich komme hier auch nicht durch, komischerweise. Hm. Was soll denn das jetzt? Aha. Sehr gut. Schön. Da bin ich ja gerade richtig gekommen. Och, nicht schon besser. Nein, 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 nein. Geh weg. Gehst du weg. Kein Mensch mag dich. Oh. Wenn die Viecher jetzt noch Mut geben würden, das wäre geil. Boah, nicht schon wieder so hammer. Na, komm her, du Zappelaffe. Oh, dass die Viecher auch noch ohne Kopf erreichen. Wie viele Tötungsarten haben sie eigentlich bei euch reingepackt? 4, 5, 8, 10. Oh, boah. Ist ja richtig unfair, oder? Ach, wisst ihr was? Wenn ihr unfair spielt, kann ich das auch nicht. Mach sie fertig. Oh, ein ganz großer Brot. Oh, wie immer der Typ ist. War er noch? Ah, ah. Okay, das war ich das auch. Boah. Das war ein bisschen Licht. Ach, du Scheiße. Wie viele reinge ich hier eigentlich rum? Oh ja, immer schön hinter Eier schießen. Das könnte helfen. Moment, Alter. Wäre die Schüsse ab? Boah. Wie viele seid ihr eigentlich? Okay, das war vielleicht ein bisschen überfrügt, den Modus abzuschalten. Halt still. Einer ist noch da, das weiß ich genau. Wo zur Hölle ist der? Wo bist du? Okay, abgehauen, glaube ich. Kommt mir recht. Wie viel? Hm? Ich höre doch schon wieder was. Seltsam. Ah, okay. Nachschub. Okay, was immer das jetzt sein soll. Hm, das hier wäre zu einfach. Da käme ich eh nicht durch. Okay. Schön für dich. Ich hätte es irgendwie einfacher haben können, hätte ich auf die Dinger da geschossen. Äh, die Gegner einfach mal an ein paar Flaschen locken, das hätte es gebracht. Oh, also ich muss schon sagen, die Gegner haben es drauf. Hm. Aha. Lass mich doch mal gucken, wo habe ich jetzt... Ah ja, das sind jetzt Flashbang-Granaten. Und jetzt habe ich immer noch die Granaten. Seltsam. Hm. Okay, und wie wechsle ich jetzt wieder den Typus? Hm, okay. Hm. Ich komme hier irgendwie nicht durch. Komisch. Muss ich mir jetzt doch irgendwie den Weg freirütteln? Seltsam. Okay, das Spiel hat was für sich. Das muss ich zugeben. Wobei... Ich gerade echt nicht weiß. Komm, ist das eine Tür oder... Nö. Oh, halt, halt, halt. Hier ist ja was zum Kurbeln. Ah. Ah. Ah, okay. Es sind Spie für die Nazi. Sie sind eine Gefahr zu unserer Sicherheit. Ich sollte... This prison is my command. I am God here. You will follow my orders. Wow. Okay, ein Ort mit bedebter Vergangenheit. Okay. Kein Wunder. Zweiter Weltkrieg auch noch. Du machst gut, Dork. Aber schau dir selbst. Okay, du bist Experte, oder? Wow. Komme ich da rein? Was ist da hinten? Moment mal, da steht doch was. Da? Die haben da einen aufgehängt.